Das ist ein unbewohntes Buch, aber auch von der Moskulatur. Das ist ein unbewohntes Buch, das ist ein unbewohntes Buch, das ist ein unbewohntes Buch. Das ist ein unbewohntes Buch. Das ist ein unbewohntes Buch. Gleiches Kürbete. Da kann man hier Moskulatur zeigen, was man im Leben hat. Das ist ein unbewohntes Buch. Und das ist ein unbewohntes Buch. Und das ist ein unbewohntes Buch. Oder bist du noch ein Mitarbeiter? Ja, das ist gut. Merkst du das, Cam? Ja, du schmerzt. Ja, du schmerzt. Ja, Pupu, ne? Ja, genau. Die Beine bleiben hier. Und jetzt nach oben. One. Oh, das ist ein. Du musst eine Energieübertragung für eine Widerstand. Dann in Kraftspannung. Pupu, merkst du das? Ja. Okay, 20x. Wir haben jetzt hier die beste U-Bogen für den Trainer passiert. Pupu-U-Bogen. Hiermit können wir alles beweisen, dass durch diese Muskulatur-Training, das ist eine Extension. Und hiermit können wir diese Mercedes-Muskulatur bereit machen für die Bewegung und die Dynamik. Punkt. Okay, relax. Okay, relax. Super. Aufstehen. Ja. 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 Ja, ich mach nie. Ja. Ist sehr interessant. Also, ist interessant für mich. Muss ich ehrlich sein, muss ich die Schalt haben. Okay, haben wir weiter. 20x in Pause. So. Und äh, ja. So. 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 Vielen Dank.